Dalmatina, was macht diese Hunderasse so besonders? Denn auch wenn sie auf unseren Straßen gar nicht mal so oft zu sehen ist, so wird doch durchschnittlich über 20.000 Mal nach ihr gegoogelt im Monat. Ja, welche Hunderasse hat denn eigentlich schon einen eigenen Walt Disney Film? Wer kennt den Titel nicht oder auch den Roman bzw. die Verfilmung 101 Dalmatina? Sicherlich hat es mit der Verfilmung zu tun, dass so oft nach ihm gegoogelt wird. Was sind also die Besonderheiten des Dalmatinas? Erstmal, es konnte bisher nicht zu 100% geklärt werden, woher der Dalmatina eigentlich stammt. Ob er nun aus Dalmatien stammt, konnte nicht bewiesen werden bisher. Ja, es sind auch immer wieder andere Länder im Gespräch, wie England, Italien, die Türkei oder auch sogar Indien. Aber wie gesagt, bewiesen ist nichts davon. Die Lebenserwartung eines Dalmatinas beträgt 13 bis 14 Jahre. Sein Gewicht liegt zwischen 24 und 32 Kilo. Die leichteren sind natürlich dann die Hündinnen, die schwereren die Rüden. Zumindest sollte es in der Regel so sein. Und die Größe liegt bei den Hündinnen zwischen 54 und 59 Zentimeter. Und die Rüden sind dann zwischen 56 und 61 Zentimeter. Sein besonderes Fell entwickelt sich erst. Denn bei der Geburt ist das Fell der Welpen weiß. Der Dalmatiner ist freundlich, verspielt, intelligent, selbstsicher und sehr sensibel. Besonders sensibel reagiert er auf Stress oder Druck. Wer also meint, mit besonderer Härte einen Dalmatiner erziehen zu müssen, der bewirkt oftmals eher das Gegenteil. Die ideale Beschäftigung besteht für einen Dalmatiner in einer ausgewogenen Mischung aus Bewegung und Kopfarbeit. Also er eignet sich wunderbar für Hundesport. Natürlich können Sie auch sehr gut mit ihm joggen oder auch Rad fahren. Aber bedenken Sie natürlich dabei, dass dann auch ausgewogene oder ausreichende Pausen mit dabei sein müssen. Jetzt von dem körperlichen Aspekt nochmal ganz abgesehen. Auch für seinen Kopf ist es natürlich einfach grauenvoll langweilig, nur neben einem Rad oder neben einem Menschen oder vor einem Menschen, je nachdem wie Sie halt joggen, herzulaufen. Also wenn Sie ihn wirklich längere Zeit an der Leine haben sollten, dann bitte ausreichende Pausen ihm gewähren, damit er auch wirklich vom Kopf her auch so ein bisschen Abwechslung bekommt. Bitte bedenken Sie, wir Menschen haben etwa 20 Millionen Riechsinneszellen. Hunde haben 220 Millionen. Also da tut sich ein Universum auf, was für uns größtenteils verschlossen bleibt. Insofern bitte immer seine Nase mit einbeziehen. Und das gilt natürlich insgesamt für Hunde und nicht nur für den Dalmatiner. Er eignet sich grundsätzlich als Familienhund, zumindest solange er von Kindern nicht geärgert wird. Und als Jagdhund wurde er bisher zwar nicht eingesetzt, aber der eine oder andere kann durchaus über einen gewissen Jagdtrieb verfügen. Aber mit entsprechender Auslastung und Erziehung kann er in der Regel auch gut im Freilauf unterwegs sein. Wie sieht es mit seiner Gesundheit aus? Rund 4% der Dalmatiner kommen taub zur Welt. Gute Züchter lassen entsprechende Tests vor Abgabe der Welpen durchführen. Gerade bei Züchtern gibt es wirklich ausgezeichnete Züchter, die das Wohl des Hundes in erster Linie vor Augen haben. Und dann gibt es eben Züchter, die einfach nur einfach Geld verdienen wollen. Und das Wohl des Hundes ist nun zweitrangig, wenn nicht eher letztrangig. Sollten Sie kein großes Vertrauen dem Züchter entgegenbringen, dann suchen Sie bitte einen anderen. Oder eine Idee ist es vielleicht auch mal, den Tierarzt Ihres Vertrauens mit hinzuzuziehen. Die Rasse neigt außerdem auch zu einer Stoffwechselstörung und dadurch können leichter Harnsteine entstehen. Da bitte auch Ihren Tierarzt zur Rate ziehen beziehungsweise auch Ihren Tierheilpraktiker, Ihre Tierheilpraktikerin, wie der Dalmatiner dann am besten ernährt werden sollte. Außerdem gibt es auch noch eine Neigung zu einer bestimmten Immunschwäche, die aber sehr selten auftritt. Dadurch ist der Dalmatiner dann noch anfälliger gegenüber Milben. Und gerade wenn es so um Immunerkrankungen geht, kann es absolut Sinn machen, auch wirklich einen guten Tierheilpraktiker mit ins Boot zu holen. Und wie Sie auch wirklich gute, seriöse Tierheilpraktiker finden, dazu sehen Sie einen Link unter diesem Video. Das ist ein Berufsverband. Da finden Sie wirklich gut ausgebildete Tierheilpraktiker. Die haben eine Ausbildung durch Tierärzte erfahren. Und das ist wohl die anspruchsvollste Tierheilpraktika-Ausbildung in Deutschland. Da gibt es natürlich noch eine Entfer LCD-Schön-Kamil-Kamilie, aufgeannosdetzige Se Oz-Kamil-Kamilie. Hier SAYS